...eine Übung kriegt. Passt. Okay, jetzt lassen wir ein bisschen den Saft ziehen. Zu viel Saft, man muss immer aufpassen, in der Pfanne zu viel Saft darfst du nicht haben, weil sonst tut es nämlich... ...kuchen. Wenn du den Alkohol reinleerst, dann tut es nämlich nicht flampieren, weil der ganze Saft über den Alkoholgrübel schwappelt und dann kriegst du es geflammt zusammen. Herr Donner, darf ich die zum... also die Füße verschieben? Die Früchte? Nein, die musst du hinten lassen, jetzt nehmt ihr den Alkohol... ...und jetzt wird es flampiert. Das heißt, leicht schräg halten. Zu dir halten, so. Den oberen Teil heiß machen. Na, nicht weit, weit, hört auf. Was zuerst gleich heiß sein. Und jetzt geht es mit dem Alkohol von rechts nach links rein und dann mit der Pfanne unten. Also von mir aus gesehen, von links nach rechts. Ja, dass du nie mit dem Arm drüber bist, weil wenn du so reinlehrst, bist du immer mit dem Arm drüber. Und wenn du so gehst, bist du nie mit dem Arm in der Pfanne. Wie soll das jetzt von mir tun? Nein, das geht schon. Das reicht schon. Ja, geht schon. Und jetzt unten mit dem Arm zu flammen. Genau. Schön schütteln, dass du sie schön verteilt. Super. Hinstellen. Aufdrehen. Früchte.